Einen schönen guten Tag liebe Xenomorphs weiter geht's mit Alien Isolation wir sind immer noch hier vor dem Colonial Marshall Büro ich bin schon mal rausgegangen hab noch mal ein bisschen Zeug hier eingesammelt und wir gehen jetzt weiter wir müssen hier runter gehen sie zum Lorenz das ist unsere nächste Anlaufstelle und mal gucken ob wir hier in einem Stück Pfeil rauskommen das Alien ist das immer noch auf den Fersen beziehungsweise ist noch da und die ganzen synthetischen Leute also die Androiden wollen natürlich anderweitige Menschen mit denen auch nicht so wirklich zu passen ist so welches ist das das hier ne geht das hier irgendwo da muss man sich einzig und allein auf die Map verlassen ob das so wirklich der Fall ist weil ich steht ja auch nirgendwo wohin was führt ne ich hab auch mal den Flammenwerfer ausgerüstet mal gucken ihr seht was an Flammenwerfer Munition habe ich auch noch gefunden ihr seht das da mit dieser 50 das ist das was noch hinzugekommen ist aber 500 ist das äh Limit was in den Flammenwerfer reingeht die Ausrüstung nicht unbeaufsichtigt dieser Waggon für den Lorenz Sys Tektor dieser Waggon für den Lorenz Sys Tektor dieser Waggon für den Lorenz Sys Tektor der sind jetzt da das nicht über welche Türen ich raus muss oder raus kann das heißt viele Störungen gemeldet ich mein Störungen dass hier was kaputt ist oder Störungen weil hier viele Gegner sind oder was auch immer ok da lang na dann wollen wir mal hier nicht schon ah doch das ist ja das ist äh der Bereich vom Anfang hier no weapons allowed und so ne ja ja kennen wir noch was hat er mit der Tür was hat er mit der Tür wow scheiße ja Gott finden und aktivieren sie den Feuerdurchanlage ah großartig du hast zum Zweifel hier am nächstgelegenen Brandschutzsammelpunkt dies ist keine Übung ah bleiben sie ruhig sie sollten nicht hier sein tüsch tüsch äh was Feuerdurchanlage da komm ich nicht rein hier n Hinweis finden und aktivieren sie die Feuerdurchanlage hier wird verschlossen damit komm ich nur auf die andere Seite aber hier kann ich ja auch so rein bringe Energie das hier rein hier halt nix das und zwar so das sieht gut aus was denn Chaos aber echt mal ich wollte nur kurz hier rein und gucken ob ich hier schon drin war ah super hier ist alles kaputt da liegt noch was ein Ladungspack sieht da nochmal ein Ladungspack aus Ladungspack, Ladungspack das ist Plus Minus äh ja die Mine wär cool die Androiden aber dazu fehlen mir leider noch andere Komponenten zumindest eine fehlt noch ok jetzt können wir hier durch da sind noch Leute bitte ist da drüben grad was explodiert das ist das geringste ihrer Probleme die Natur ist in der Nähe hätte ich ihn umbringen müssen oder greifen sie keine Verbündeten unter Zivilisten scheiße das war ein Fehler ups ich weiß ja nicht wer mir feindlich gesinnt ist und wer nicht aber ja die haben nicht auf mich geschossen oh ne jetzt soll ich alles nochmal wiederholen ok bis gleich ok die Kreatus in der Nähe haut ab jetzt kommt das Elmampft sie weg ok wo muss ich lang da warum ist hier ein Ausrufezeichen weswegen ja hör mir genau zu du musst sofort die Arbeit verlassen Klär einsammeln die Katze abholen und nach Hause gehen wir müssen einen sicheren Ort finden bis Siegsen ein Schiff sendet ich hab diesen Typ gesehen ich kann mich nicht an seinen Namen erinnern der mit der Baseballmütze riecht komisch er hatte etwas in seinem Mantel versteckt so aus wie eine Habe Besserung für Plasmaschneider kann er nicht durch ich bin durch gesehen sprich mit niemandem niemand darf wissen wo du hingehst ich werde sobald ich kann zu dir kommen hey vielleicht muss ich hier hoch hier durch oder was womit herstellen womit herstellen schwer zu sagen wo ich lang muss ist jemand die Kreatur ist hier sie müssen hier verschwinden wo sollen wir denn jetzt noch hin das Einkaufszentrum beim Marshall Büro ist der sicherste Ort ok ok danke hat das irgendwie eine Auswirkung wenn ich die rette die kann ich rein ah Geräts unzureichend der Gerät funktioniert nicht Restroom geht auch nicht hier vielleicht irgendwas ne was so riecht denn hier die Kreatur wie sollen wir sie einsperren der Turm wurde dazu entworfen hochwertige aus dem Gas wahrscheinlich muss ich hier lang hier waren wir ja schon am Anfang Klingt viel zu gut um wahr zu sein wenn man mich fragt aber ok muss ich noch weiter runter wahrscheinlich Tech Support ah hier ja hier waren wir schon mal da kann ich sogar speichern hervorragend oder? ja da vorne ist ein Raum der Eingang ist direkt vor Ihnen nutzen Sie das Terminal im Rezeptionsbereich um die Tür zu öffnen ok das war's ach hier hier waren wir schon mal hier hieß es aber Strom unzureichend ah hier können wir aufs Terminal zugreifen perfekt jetzt geht das ok sinnlose Anfragen die Leute hier wurden äh die Leute hier wurde schon gesagt dass der Vastopol reif für die Schrotthalle ist oder? ich habe gerade eine Nachricht von Allison in der SIGSEN Buchhaltung erhalten kann der Händetrockner in der Toilette repariert werden? kann mal gar nichts das nächste Mal wenn so eine überflüssige Anfrage reinkommt wird sie sofort zurückgeschickt wir sind dabei die Station auseinander zu nehmen nicht sie zusammen zu flicken Hardwareprobleme Kategorie Hardwareprobleme keine Nachrichtempfang Details ich erwarte eine Bestellung von außerhalb der Station die bereits eingetroffen sein sollte normalerweise erhalte ich mehrere pro Woche aber diesmal sind es gar keine kann jemand meine Kommunikationseinheit überprüfen ich kann mir keine Einnahmeverluste leisten Datum am 9.11.37 Martin Patterson Ingenieur am 25.11.37 ausgesandt Ausrüstung scheinbar funktionsfähig Siegson kommen Bescheid geben prüfen ob eventuell etwas durch Apollos Netz gegangen ist Ah Ziele aktualisiert sogar nice Fehler ein Vorposten des Fortschritts okay eine ungewisse Zukunft Siegson versuchte er versucht seine Verluste zu minimieren und hat Sevastopol aufgegeben ein weiteres Zeichen für die Ausgabekürzungen im ganzen Sektor an manchen Tagen hat man das Gefühl als würde allein der Firmen stolz die Station im Orbit KG 348 halten wenn man heute auf der Station lebt wird einem schnell klar dass Siegson mit den eigenen Investitionen und den der Banken wie Geofund Investor wild spekuliert hat Für den durchdachten Aufbruch zur Kolonialisierung des Weltraums die Anmaßung und Überexpansion mussten unsere zweitrangigen Unternehmen einen hohen Preis zahlen Weyland-Yutani übersteht diese Umwälzung dank seiner enorm finanziellen und technologischen Stärke Seine Gegner fallen dagegen zurück Doch selbst die Firma hört Turmglocken beim Anblick dieser befallenden Orbital Außenposten Weyland-Yutani anhaltende Investitionen in Terraforming Technologien erscheinen mehr und mehr als gerissener Schachzug während in weiter Ferne immer mehr Lichter ausgehen Ok Audio haben wir nix Überher Türkontrolle Tür öffnen Das ist ziemlich viel wenn man mich fragt aber ok Sperren Sie das Treppenhaus ab Riegeln Sie den Korridor des Wartungszugangs ab Riegeln Sie den Korridor des Vorratsspeichers ab Ja ok alles klar Oh Android Was ist ein Geräusch? Hm Fußspuren Ein Überlebender ist der Feind ich zöge trotzdem mal die Knarre Seien Sie nicht so laut Rennen Sie nicht Gehen Sie zum Marshall Büro Ok Danke Der Code für das Transitbüro ist 0482 falls Sie Vorräte brauchen Wir werden hier verrecken das ist Ihnen klar oder? Na da ist aber jemand zuversichtlich Wir werden hier verrecken das ist Ihnen schon klar Wer redet da? Hallo? Anyone there? Nein? Genau hier war der Flugschreiber Dabei ist sonst nichts mehr Mein Gefühl sagt mir ich muss dahin wo der Android war Für den Fall der Fälle nehme ich nochmal einen Elektrostocker zur Hand Ja ich speichere gerade nochmal Sicher ist sicher falls ich jetzt irgendwie unerwartet drauf gehe dann ist die Frau gerettet Weg damit Hey ähm Muss ich jetzt hier in diesem Bereich noch bleiben? Oder muss ich wieder zurück? Oh Ich hab's gehört Na da ist er Nee 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 Okay lass mal gut sein Er trottet langsam auf mich zu Und er trottet langsam wieder weg Ach man ich wollte gerade raus gehen Da kommt er Muss ja jetzt nicht sein dass du Hirn schlechst ne? Okay. Ach, das noch. 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 Ach, das ist weg. Ach, das noch. Inventar voll. Ach, das noch. Ach, das noch. Ach, das macht. Ach, das macht. Ach, das macht. Ach, das noch. Ach, das noch. Ach, das noch. Ach, das ist, ach, das noch. Ach, das noch. Ach, das noch. Ach, das noch. Okay. Ach, das noch. 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 mich nicht bewegen. Ich hatte solche Angst. Es hat sie geschnappt, aber ich werde sie finden. Falls Sie dies lesen, bewaffnen Sie sich. Lündern. Eric, hören Sie mich? Eric, verfluchte Funk. Der verfluchte Funk ist schon wieder am spinnen. Hören Sie mich? Eric, Lincoln hier. Hören Sie mich? Ich habe es zum Tech Support geschafft. Ich habe ein paar Wasserkanister und Battery Packs mitgenommen und ein paar Werkzeuge. Das meiste wurde bereits geplündert. Ich werde versuchen in den Ressortschrank einzubrechen. Ich glaube, die bewahren da drinnen Sicherheitshacker auf. Das hätten wir gut gebrauchen, aber ich werde nicht viel länger hier unten bleiben. Hier ist, ich weiß nicht, es ist einfach absolut unheimlich hier. Scheiße. What? Ah, kacke. Ich bin tot. Shit. Soll ich alles nochmal nachholen? Alles. Also seit dem letzten Speichelpunkt halt. Na gut. Ich mache das jetzt mal so Speedrun mäßig und dann sehen wir uns gleich. Vorratsspeicher verschlossen. Okay. Kann das Alien in die Flucht schlagen mit dem Flammenwerfer? Komm her, du Bastard! Was aber nicht unbedingt heißt, dass es tot ist. Da ist nämlich die letzte Abriegelung. Komm schon. Hello there. Muss schnell gehen. Jetzt. Wait. Können Sie mich mit Ripley verbinden? Sie sind bereits verbunden. Ripley. Es gibt einen Umgehungsbefehl, mit dem Sie die Notfallabriegelung einleiten können. Er ist im Terminal hinter der Rezeption. Okay. Versteck mich kurz hier drin. Ich mach mal hier fixen Cut. Bis gleich. Hier gerade ist es wieder weg. Verschlosselte Inhalte Zugangscode eingeben. Was ich? Gehackt? Franco, ich hab mir die undichte Stelle im Archiv angesehen und bin mir ziemlich sicher, dass es ein Hardwarefehler ist. Die Arios-Systeme sind zu alt für die richtigen Integration und komplexe Programme wie Apollo. Ich hab noch etwas anderes entdeckt. Es sieht aus, als hätte jemand in den letzten paar Jahren auf persönliche Nachrichten Kameraufzeichnungen zugegriffen. Ausstandsetage, St. Cristobal, sogar das Marshall-Büro wurde gehackt. Ich sag Ihnen der Name Ransom was. Er hat Ordner-Code. Private Nachrichten-Code lautet 7 7 8 9. Jus, Ransom hier. Ich hab Ihre Anfrage erhalten. Ja, ich war in unserem Übertragungsrelay-Archiv und habe einige entschlüsselt. Ich suche nach Crewlogs, die vor einiger Zeit über Sevastopol geleitet wurden. Ich verstehe, dass Sie sich Sorgen machen, aber das ist alles Schnee von gestern. Ich muss nur ein paar Dinge in Erfahrung bringen. Ein Routine-Datenübertragungspaket aus der Randzone von Tedus, bevor ein Schiff die Heimreise antrat. Nichts weiter... Okay, jetzt muss ich gucken. Aktivieren Sie die Rekars-Umgebungsbefehl. Hab ich doch. Oder nicht? ...aber es muss ja trotzdem niemand sonst davon Bescheid wissen, oder nicht? Wenn Sie den Mund aufmachen, wird das Konsequenzen haben. Ich meine, es gibt vieles, das Marie nicht weiß, oder? Lassen Sie sie entschlüsseln und geben Sie mir Bescheid, wenn es erledigt ist. Es muss nicht eskalieren. Ah, jetzt. Riccardo, Server-Hub-Rezeption verschlossen. Gute Arbeit. Gehen Sie zur Server-Farm durch. Leise. Regeln Sie die Server-Farm ab. Was ist denn? Android. Der jetzt schleicht die ganze Zeit da rum. Ich würde die ganze Zeit das Alien hier irgendwo rumschleichen. Der Android wahrscheinlich. Ich würde ihn mal töten. Oh Gott. Fuck. Was passiert? Oh Gott. Fuck. Das ist intens, Alter. Das ist intens, Alter. Wo muss ich hin? Server-Farm abriegeln. Nicht schon wieder. Der war halt auch schon lange nicht mehr gespeichert. Das ist halt auch so ein Ding, ne? Wenn ich jetzt sterbe, Alter, was ich nachholen muss. Das ist insane. Wer denn der nächste Speicherpunkt? Dafür muss ich halt wieder zurücklaufen, ne? Ne, das ist ja nicht mein Speicherpunkt. Es sieht aus wie eine Diskette. Da. Da ist der Speicherpunkt. Hier. Da diesen ganzen Weg, den ich da gelaufen bin. Alles. Regeln Sie die Server-Farm ab. Ja, ich muss wahrscheinlich da in diesen Raum. Also ich denke mal, hier bin ich falsch. Aber okay. Na gut. Aber ich sag schon mal hier an dieser Stelle, vielen Dank fürs Zusehen bei Alien Isolation. Ähm. Ich werde jetzt gucken, wenn das Alien weg ist, dass ich mich da hinbegebe. Sparen wir halt auch nochmal ein bisschen Weg, weil... Ich denke mal, ich muss eh zurücklaufen. Ich denke nicht, dass es hier weitergeht. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann gleich wieder. Falls ich dann sterbe, wie gesagt, spiele ich das alles nochmal nach, bis zur Server-Farm. Den Rest kennen wir ja schon. Ja, hoffentlich kann ich das Alien in die Frucht schlagen. Und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.